Moin sind Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Wir zocken wieder Yin im Jungle, obwohl hier einer wieder geschrieben hat. Ja, einer hat wieder geschrieben, ich soll auf die Safe Lane gehen und nicht im Jungle. Hat natürlich keine Ahnung, der Typ. Deswegen gehen wir auch trotzdem im Jungle. Außerdem wollte doch kein anderer Jungle machen. Danabe, ich verpiss dich. Es ist ja auch kein Wunder, dass die Leute, die Yin alle auf irgendwelchen Lanes spielen und die dann da nicht so gut ist. Und die dann nicht so oft gepickt wird. Weil ich glaube, ich habe noch nie eine Yin im Jungle gegen mich gehabt. Aber ich spiele die halt immer im Jungle. Aber Pamarillos, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr Argumente habt, auf welcher Lane Yin besser wäre. Das würde mich mal interessieren. Aber nicht einfach nur irgendwas sagen, ja sie ist ja ein Carry oder so, das ist für mich kein Argument. Sondern einfach ein richtiges Argument, warum man sie nicht im Jungle spielen sollte, sondern auf einer Lane. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich übersehe. Oder so, kann ja sein. Aber ich spiele sie im Jungle und ich habe, keine Ahnung, viermal so viele Spiele gewonnen mit ihr wie verloren. Und das zeigt für mich, dass ich alles richtig mache. Kann ja nicht jedes Game gewinnen. Dann wäre ich ja Weltrang Erster, aber für mich läuft das hier ganz gut. So, hier ist ein Ward. Was spielst du denn? Faye. Aber ich komme nicht an Farmen. Das ist doch logisch. So ab. Ich will mir nur den River-Buff holen. Oh, bei dir gibt es Action. Ah ne, das ist gar nicht lauwe. Fuck, ich laufe mal zu ihm. Der hat einen in die Luft gebumst. Ja, der Grimm kommt auch zu euch. Wer? Grimm. Ah, hier ist er, Grimm. Bellica. Alter, kann ich ihn mal treffen, bitte? Grimm könnte jetzt wieder zu euch kommen. Schlag doch, Alter! Wer ist denn zu uns? Der ist wieder links. Weißt du, was ich scheiße finde? Wenn du die linke Maustasse gedrückt hältst und dann E drückst, also dass diese Peitsche ausfällt quasi. Ja. Dann hört die auf. Genau, dann hört die auf zu schlagen erstmal. Und dann kommt nichts mehr. Dann ist sie nicht in dem Fluss drin. Ja. Achso, ich hau mal wieder ab hier. Ich bräuchte aber noch ein Pünktchen. Pünktchen und Anton. Das war jetzt, Motherfucker. So, oh. Das war ein Scheißschlag. Diep, 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 diep. Das ist ein bisschen Ohrwurm vom Epic Sex Guy. Ey, ich hab vorhin mal Gangnam Style auf YouTube geguckt, Alter. Über 2 Milliarden, 2,7 Milliarden Aufrufe, Alter. Was geht denn da ab? Und dann hat er irgend so ein Lied. Das kenn ich gar nicht. Gentleman hieß das. Auch 1,1 Milliarden Aufrufe. Ja, das kenn ich. Alter. Hab ich noch nie gehört. 1,1 Milliarden. Das ist jeder siebte Mensch auf dem Planeten hat das geguckt. Ey, das ist doch nicht normal. So, jetzt muss ich aber mal back gehen. Mal diese leckere Pfeife genießen. Eigentlich hab ich gar keinen Bock auf Pfeife. Ja, ich zieh nur ein paar Mal. Was ist da für Depp? Meinst du, man kann Grimms Q reflekten? Diese Bällchen, was er da schießt? Ich komm mal zu dir auf die Lane. Kein Mana und nix, ne? Ja, ist mir egal. Hauptsache, du kommst ein bisschen hinterher und machst Auto-Attacks. Haben die hier ein... What vom... Der Nabesh ist doch weg gerade. Dann go, 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 go. Ja, toll. Okay, komm zurück. Mach die Minions. Farm einfach mal ein bisschen da unten. Ja, wenn die Minions hier ankommen würden. Wer hat den blauen Nabesh? Wie? Wo kommt... Ach, hier sind die Minions. Dann geh mal back und hol dir Mana und wenn du shoppen musst... Ja, den einen hast du natürlich noch. Ja. Krasse. Der ruft mal Hilfe. Warum Hilfe? Wie ist denn der Nabesh von mir? Oh, Grim is here. Oh fuck. Fuck my life. Ich bin tot. Nein. Halt nicht. Nein. Von hinten kam Sirus noch. Hab mich gekillt. Verdammte Scheiße. Kommt sie einfach angerannt und einen Schlag damit weit weg. Man, man, man. Oh, die ist sowas von tot. Die muss sowas von sterben. Oh, die läuft da oben lang. Kill sie doch. Wirf doch ne Q hoch. Ne Rechtsklick. Irgendwas. Nein. Alter, das ist nicht dein Ernst, dass sie jetzt noch wegkommt. Und das... Warte. Nein. Verdammt. Alter, du bist so schlecht. Das wollte ich machen, Alter. Alter, du bist so schlecht. Wenn der Grim auf einmal vor mir steht, was wollte ich machen? Ja, dann geh doch weg, wenn du sie nicht kriegst. Jetzt haben die noch einen Kill geholt, deswegen. Du hättest einfach nur den Rechtsklick da hochwerfen müssen. Hab ich doch. Ja, dann warum ist sie ja nicht gestorben? Weil die Rechtsklick kein Damage macht. Ey, die hat ja noch höchstens 100 HP, Alter. Der Rechtsklick hat dreimal getickt oder so und dann war die weg. Alter, kill den... Die Minions machen mich in der Luft, ey. Ah, ich bin so gestraft heute. Ja, machen mich die Minions in der Luft, aber... Ich weiß nicht, ob der dann noch Erfahrung bekommt. Fuck my life. 3 zu 2 wieder. Und der Houser trifft die Rakete nicht. Beziehungsweise trifft mit der Rakete nicht. Ich geh wieder Tragal erstmal. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen bedeckt und... Ich will nicht sagen, die einzelnen 3 Kills, aber... Äh, hier aus dem Match hab ich wieder. Weil man mit denen ja nicht jungelt, ne? Hahaha. Ups. Was heißt denn Ups? Ja, ich hab falsch gepinkt. Achso. Ich dachte, du hättest grad nen Kill gemacht und dann hast du ein Ups gesagt. Nein. Wer ist da gestorben auf welcher Rane? Owie hat irgendwen getötet. Okay. Ah, die Bellicar, ja. Stimmt, ich sehe's. Ach, äh, Achtung. So nach rechts. Wer ist denn das ein Greystone? Seer is here. Alter, mit zwei Hits bin ich Half-Life gewesen. Toll. Wie, die Bubble trifft nicht. Wie, die Bubble trifft nicht. Die Bubble hat doch getroffen grad. Oh Gott. Jetzt muss ich aber die Ulti zünden, ey. Okay. Sehr schön. Ich muss back. Aber es fehlt links. Ich muss back. Sooo. Dann geh ich mal wieder junglen. Mh, wer fehlt denn da in der Mitte? Howitzer rennt irgendwann. Dann übernehme ich die Mitte manchmal. Ich bin jetzt auch miss. Jo. Da kommen die Riverbugs jetzt. Was? Ich hab' links angepusht. Ah, die haben hier ein Ward. Der dreht doch schon um. Naja. Ich hab' den Wacken. In den C, Rester. Läuft er hier vorbei. Zum Greenbuff. Nein! Lol Alter oh lol Fuck sind hier viele Weg zu dir Howie block mich nicht Okay die hat mich Ich kann nicht mehr springen Lol Alter du bist mein Life Retter Pass auf ich kann auch kein GTFO abbekommen Schnell durch die Wand Alter hast du das gesehen ey Jetzt nicht sterben da Oh nein Sorry ich kann dir nicht helfen Jaja Okay Okay vielleicht sollte ich mal back gehen Weil der Grimm ist gefährlich nah Ich will kein GTFO abbekommen Alter Schwede Oh jetzt mach ich hier an der Kante hängen Aui Nein Der trifft ihn nicht Und du stirbst jetzt auch Wenn du da reingehst kriegst du ein GTFO und bist weg Oder die Bubble Scheiße auf den Kill kriegst du nicht mehr Sei nicht so greedy wie ich Jaja Aber mein Tower wird jetzt fallen Aber mein Tower wird jetzt fallen Jaja ne da ist noch ne Wave Fuck my Life alter Was ne knappe Scheiße oder? Ja man Der Narbech der war auch so low Ja eben Aber ich hab schön alle in den Howie Ulti reingezogen Ausnahmsweise mal was gutes gemacht Ja Ich hab deinen Tower gehalten Oh danke Wir werden wieder da Alles klar Ja So hier das hab ich ja eben schon gemacht Faye ist eigentlich ganz cool vor allem mit dem Deck ey Das hat mir eben auch super gefallen eigentlich Ja Vor allem Asche der Hexe ist halt Gold wert auf Faye ey Ja aber Kommt ein bisschen spät ins Deck ey Ja du kannst ja früher bauen Wie du willst Ja Du richtig schon Raystone pusht rechts Ist auch noch Noch ein Fünfer Camper Fuck hat der überlebt alter ist nicht wahr Jetzt stirbt der Howitzer auch noch Howies Rakete hätte sitzen müssen Der hat noch eingekillt Der stirbt nicht Doch er ist auch gestorben LOL Zero the star level 8 Kitsch kitsch Hast du das gesehen? Wie ich geflogen bin alter Ja man Ich bin die einfach Ich weiß wenn die weg springt dann mach ich Springe ich immer direkt hinterher Dann kommt die nicht von mir weg Sonic mit seinem nassen Handtuch ey Ja man Klatsch 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 Mit Seife drin ey Kernseife ey Geh mal kurz in die Mitte bitte Ist der Howitzer das Ja ich dabei Achso hier sind Bellica Uh Ah ich muss jetzt hier auch weg Das sind Dinge So Oh Grimax kommt da Und fuck und Narbash Ich bin tot Oh shit Oh shit I need fucking help Fucking help Fightet ihr da noch? Ihr seid in Überzahl Oder in gleich Aber Ja ich hab leider noch keine Ulti Wessen Cages sind das? Alter was ist das für ein Cage? What? Der war ja dreistöckig Einer muss rechts Vielleicht Howitzer oder so Ich versuche nach rechts zu kommen Schade dass es kein Jumphead von links nach rechts gibt Der Tower kriegt was ab Boah ich bin am laufen am laufen alter Wo bleibt der Reisemodus? Fuck it Der Rückzug Einfacher gesagt als getan Ich bin jetzt all the way von links bis rechts zum Tower gelaufen Sehr schön Alter der Greystone Der will den Hauer unbedingt haben Aaaaaaah Los Boah nicht mir ins Gesicht Nicht mir Und da kommt die Seeref Oh Bellica ist hier Einer muss mal wieder rechts gehen Oh ich muss auch mal back Oh wir hatten da so wenig Leben Der Greystone hat noch Ulti raus Ah ney Junge Ich bin aber auch nicht ganz da alter Ich bin da so behindert heute Arbash rennt da hinten rum Und hier den Tower Naja hat ja 17 Minuten gehalten Wo ist der Grimax? Nein Unter dir Ja das sehe ich Nein Seeref? Oh nein Seeref war da noch Ja die kam gerade angesprungen Boah ey Warum habe ich immer so ein Pech Ein Schlag der Grimax wäre noch tot gewesen Da hätte ich noch ein Double Kill gemacht Ey Ich bin mit dem Grim so zeitgleich da runter gefallen Dann bin ich auf irgendwem gelandet Und dann habe ich noch einen Klopper abbekommen Und dann war es das schon wieder ey Scheiße Die Riverbuffs sind gleich ab Ich kann gleich auch mal die Raptoren anfangen Ja Seeref will schon zum Riverbuff Ein Schlag Flop Na gut Murdoch hat Rechtsprobleme Da gehe ich mal schnell hin Ah der hat noch ne Wave Ah da mache ich erstmal den Green Buff Ah da hätte ich ihn dann klären schon hin Ich glaube mit den Green Buffen kommen dann auch So komme, 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 mit Green Saba hat was abbekommen Kommt die Howie Ulti Rudd ist jetzt auch hier weg Das ist gewoon set nach Musik Einer muss in die Mitte, geh du mal schnell Ja, ich bin auf dem Weg Zyreth war hier irgendwo Beim Raptor Oh fuck, der Decker braucht Hilfe Ah Hilf mal einer, der Decker Jetzt gehen die alle übers Jumphead Ich komm da nicht hinterher Wo ist die Zyreth? Ich komm noch Äh, in der Mitte Jawoll, Alter Oh, Bellica Nee, lass weg, da kommt noch Grimax Komm, komm, weg da, weg da, weg da Das sind drei Leute Lass mal hier die Raptoren machen Komm mal bitte schnell mit Okay, warte Die Grafikfehler bei mir, Alter Ja, bei mir auch So, so Vierecke, ne? Ja, ja Ja, ist bei mir auch So, was haben wir hier noch? Nur zwei Jungle gemacht Dann einmal back in die Base Die Punkte ausgeben Ja, Sirius guckt Keine Raptoren mehr da, hä? Schade Würde ich schade sagen Warum sieht der Grim den Ward? Ich hab grad den, ihren Ward, gekillt Keine Ahnung Warum, äh, ist der Howitzer jetzt gleich wieder tot? Fuck, Alter, der kommt weg Okay, wir müssen da raus Rechter Tower Schau mal hier, den Riverbuff Drei Sekunden Zwo Eins Ich bin nicht mit am deathen, Alter Ist ein Riesenwave Oh fuck So was von down, ey Kommt da einer rein Irgendwas Jetzt da Nein Was? Das hat keinen Schaden mehr gemacht Saber, mach doch was Warum kriegt der kein Damage? Ist er auch tot Das hat keinen Schaden mehr gemacht Oder ist kein Mana mehr Ey, ich hab den angecharged Und der hatte noch 100 HP Höchstens Wenn nicht sogar nur 50 oder so Ja, ja Und, ähm Ja, der Power Ich bin vor seinem Natürlich den Falt Ja Ich bin vor seinem Gesicht Bin ich geplatzt Vor seinem Gesicht Das war ein Millimeter, Alter Guck dich das mal in der Wiederholung an, Leute Schau dich das mal an Ich springe Pass auf Vor seinem Gesicht Alter Ich hab bei dem auf dem Schoß gesessen Oh, das muss ich mir nochmal angucken Ey, das gibt's doch gar nicht Vor seinem fucking Gesicht Wie ärgerlich, ey Nein Aber egal Decker macht rechts den Grimax Oh, er macht das Schild an Und sie Sie will ihm babbeln Und klappt nicht Das hat er sauber gut gemacht Gut gesehen Gute Ulti Ich geh links Heiliger CrackJunkie Ja, jetzt ist der Racedonda Da müsst ihr helfen Und die Riverbuffs sind jetzt da Krass Der Emberlink nicht gereicht Lieb mich da am Arsch Wo Mitte? Seereth Die macht den Tower Okay, sind drei Leute Vier Leute Greystone auch Fuck, ich häng voll in der Suppe Ich muss hier irgendwie raus Ich muss raus Ich muss raus Ich muss raus Der Greystone lebt ja noch Was, Alter Greystone Bist du Bellica? What? Oh, aus der Voidbomb rausgehüpft Ich bin übel, Alter Ich muss weg Konnte ich den Slow Von der Aschehexe nicht beobachten Also, wo ich Vorhin das Deck gespielt habe Mit Fae Das war richtig geil Weil du die mit der E Übelst mit Range Slown kannst Dann kommst du voll hinterher Dann kann keiner mehr Escapen Das ist richtig geil Links mal anpushen Okay, da geht Howie Bin wieder full life, Leute Ich musste gar nicht Back in die Base Goldbuff ist weg Puschen Mitte Ich pushe rechts Bellica kommt gleich wieder Ja, ich hab die doch nicht angegriffen Alter Nabech Okay, ich bin down Das war schnell Das war schnell Gebildes aber Folgt mir Wie pinkt man denn? Folgt mir Nachrichtigen Taktiken Folgt mir Lol Jetzt kommt Jetzt kommt ein Stun Ah, da hat die Bellica ihn noch erwischt Schade Kein Raptor Oh, Sabah hat ein Problem Der hat keinen Blink mehr Ah, der Howie ist so Der Grimm ist so low Yo Mach sie, mach sie Ah, fuck Die kriegst du noch Die kriegst du noch Ne, eh hast du noch Jawoll Oh, der Gracer macht links Mach Mitte, mach Mitte Wenn die unseren T2 machen Mach deren Ach gut, ich hab ja noch Megavolt Pylonen Ich geh links Oh, grad noch aufs Jumppad Okay, der Tower ist weg Aber vielleicht kriegst du deren noch Schaffst du es? Weiß nicht Noch ein bisschen weiter Sirius kommt jetzt Keiner, ja Yo, sehr schön Dann war das der Ausgleich Probier mal den Orb alleine Nabesh, komm zu mir Ja, ich bin auch auf dem Weg Braille Stone Oh, fuck Raus, raus, raus Alter, das war krass, oder? Ja, das war übel Da oben ist noch ein Green Buff Braum, spawn Drei, zwei, eins Geht mal in die Mitte Fuck, Alter Flags hat keinen erwischt Oh, erst Minions Guck mal weiter Habt ihr noch Minions? Ja, ne Jetzt nicht mehr Oh, shit Da ist ein Cage Noch einer gestorben Sirius hier Nabesh hier Fuck, der hat mich hochgeworfen Nein, ich bin reingejumpt Jetzt hat mich der Core gekillt Ich wollte gar nicht reinjumpen Ich wollte nicht reinjumpen Ähm So Nein, damn Fuck it Robin, in Nip geholt Und in Core of 74 Gleich fällt sogar links der T2 noch Da ist die Sirius aber hinterher Golden Boy hat den Black Buff noch als Murdoch Und OP Das zieht Das zieht ordentlich Guck mal, 2 T2 ist ein Inip und den Core angekratzt Ja, nice Genau, Golden Boy muss nach rechts move'n Gute Idee Aber wie viele Leute noch Murdoch spielen, gell Obwohl der nicht mehr so gut ist, finde ich Aber die Global Ulti ist halt immer noch Ja, die Ulti ist halt geil, ja Ist halt immer noch geil, gell Wenn du damit umgehen kannst Und damit auch gut triffst, dann Ich denke, die Gegner, die haben den Fight gewonnen Und dann Surprise, motherfucker Ja, haha Vor allem haben den Fight gewonnen, weißt du so Dann kühlst du mit der Ulti einfach alle Ich geh jetzt, ich geh links Komm schon Power Grow, sag ich doch Bin doch links Wie will er denn, der Depp? Geh rechts Okay, der Ah, zack Ist die Wave weg Ich bin gleich Full-Build, dann geh ich nochmal kurz back Die können in der Mitte Hier ist ein Board So, ich mach die Wave, dann geh ich back Bin Full-Build, dann können wir was starten Ich jungle dann auch nicht mehr Du kannst dann auch jungle, wenn du wirst Hier ist jemand So, kratzen wir mal das letzte bisschen Durchdringung noch raus Jetzt haben wir auch schön Durchdringung drin Jetzt gibt es schöne dicke Crits Eigentlich ganz geil 2x3er Durchdringung habe ich da drin Habe ich jetzt, ähm Durchdringung 28 Also so viel Rüstung hat auf jeden Fall jeder Dass du nicht übers Cap kommst Deswegen, oh, Dekker Seerus greift die Decke an Hat auch Green Buff Hat gecaged Kommt aber nicht mehr raus Ne Ja, ist okay, Dekker Hast einen Fehler gemacht Gut, ist ein bisschen bescheid Na ja, ich weiß schon Ja, ich weiß schon Weg Faber ausbauen Können wir finischen? Machen Ich bin der Base In 10 Sekunden kommen Minions Aber wir müssen jetzt Keine Minions mehr Wir schießen hier mit Bällchen Was ist das jetzt das? Gut, ich bin der Base Da wird also Haha Nein, also Ich kann keine Minions Wenn wir vielleicht wegenden z2m Das sind die Warum zieht die Ulti die nicht zurück? Keine Ahnung, hab ich mich auch gerade gefragt. Mach mal den Chor. Mach mal weiter den Chor. Beste. Noch einen gekillt. Alter, da sagt der zu mir, ich soll nicht im Jungle spielen. Alter, Sabah, 11-3. Crazy shit. Silberkiste, oh ey. Okay, Pamarillos. So viel dazu. Ähm, wir sehen uns dann im nächsten Game und bis dahin, Daumen nach oben und stay Pam. Tschüss. 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 Tschüss.